Und im Studio ist jetzt noch einmal der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker. Einen guten Abend. Danke fürs hierbleiben. Sie waren heute schon bei Armin Wolf in Nordzip 2 zu Gast, wurden da aber selbst ein bisschen überrascht von den Informationen, die da aus der Ampelkommission an die Austria-Presseagentur gelangt sind. Haben Sie jetzt schon telefonieren können? Haben Sie schon neuere Infos, was denn Orange bedeuten soll? Ich habe nur ein kurzes Briefing jetzt machen können zwischen den beiden Sendungen. Aber wenn ich mich schon kapot, komme ich natürlich auch sehr gerne daher. Das ausführliche Briefing bekomme ich jetzt nach der Sendung bzw. morgen in der Früh. Aber klar ist, das ist ja nicht überraschend, die Zahlen der letzten Tage sprechen für sich. Wir haben in ganz Österreich ein ansteigendes Ereignis, das an sich ja nicht überraschend per se ist. Wir sehen es, dass im gesamten urbanen Raum der Republik wir positive Zahlen haben, zusätzliche Fälle haben. Und das zeigt sich ja jetzt offensichtlich auch in dem Bild, in der Ampel, was quasi der gesamten urbanen Räume Österreichs, österreichweit, auf gelb oder orange geschaltet worden sind. Und was bedeutet das jetzt für uns? Auf was müssen wir uns einstellen? Naja, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Da müssen wir dann noch warten auf die Details des Berichtes in der Kommission, ob tatsächlich diese Maßnahmen umgesetzt worden sind und auch empfohlen worden sind, wie sie in diesem Grundsatzpapier drinnen stehen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es in den Schulen Ausnahmen gibt und auch bei den Veranstaltungen, weil wir sehen ja in den Schulen extrem wenige Fälle im Vergleich dazu, dass wenn wir in nur Wien schauen 280.000 Schülerinnen und Schüler und Lehrer in der Schule sind und dann haben wir eine Handvoll Fälle. Also ich glaube, es wird keine Maßnahmen geben, soweit ich das verstanden habe in den Schulen und auch in den Bereich der Veranstaltungen, soweit es legale, gemeldete Veranstaltungen sind. Weil Sie aber gerade die Schulen angesprochen haben. In Wien gibt es, glaube ich, 70 Infektionsfälle derzeit, Schülerinnen, Schüler, genauso wie Lehrpersonal oder Administrationspersonal. Ganz so normal wie vom Bildungsminister erhofft ist dieser Schulstart demnach nicht verlaufen. An vielen Schulen herrscht Chaos oder zumindest herrschen dort Fragezeichen. Das Fragezeichen herrschen darf uns natürlich überraschen. Ich meine, das ist ja alles keine normale Situation, die wir erleben, sondern wir sind in einer Situation, die es seit ewigen Zeiten nicht gegeben hat. Niemand kann darauf vorbereitet sein. Also ich finde, da müssen wir ein bisschen geduldiger sein mit uns selbst, mit all den Systemen. Ich denke, ganz viele Menschen arbeiten mit unglaublicher Intensivität und Energie daran, die Systeme zu verbessern. Aber es kann nicht perfekt sein. Niemand war vorbereitet auf solche Epidemie. Ich glaube, dass es sehr gut gelungen ist. Wir dürfen nicht vergessen, dass das Thema Reiserückkehrer ja schon seit vielen Wochen ein Thema ist. Und natürlich betrifft es die Schulen. Wenn es aber in Wien, dann sind 0,25 Promille. Also dann ist das ja wirklich keine Zahl, die uns in irgendeiner Form Sorge machen muss. Herr Gesundheitsstadtrat, jetzt sind in Wien genau wie Innsbruck und fünf Bezirke eben orange. Die nächste Stufe ist rot. Müssen wir uns auf einen Lockdown einstellen? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, es gibt ein kollektives Interesse, auch quer über alle parteipolitischen Zuständigkeiten für Gesundheitspolitik, dass wir keinen Lockdown haben wollen. Und deswegen ist es ja auch vernünftig, dass wir jetzt präventive Maßnahmen setzen, quer durch das gesamte Land, damit wir die Infektion wieder in die Beherrschung bekommen. Wir haben die Beherrschung nicht völlig verloren, aber wir sehen natürlich, dass wir jetzt wirklich dringend Maßnahmen brauchen. Ich habe das vorige Woche ja auch klar gefordert, dass wir Maßnahmen brauchen. Ich bin auch sehr froh, dass diese Maßnahmen jetzt gekommen sind, weil sie ja präventive Maßnahmen sind. Gleichzeitig müssen wir natürlich achten, dass unsere Wirtschaft, die wir natürlich einfach brauchen, wieder in Schwung kommt, oder wo sie nicht in Schwung ist. Und wir brauchen das Wirtschaftsleben, wieder das Kulturleben, das Sportleben. Und da geht es jetzt darum, die richtige Balance zu finden. Aber ich habe das Gefühl, die Kommission entwickelt sich gut, sie ist nicht fertig. Auch da müssen wir geduldig sein. Ich meine, das war jetzt die dritte Sitzung. Und ich glaube, wir können zufrieden sein mit der Entwicklung, die wir gerade haben. Geduld und Nachsicht ist gefragt. Definitiv, ja. Herr Hacker, ich bedanke mich für das späte Gespräch live bei uns im Studio. Sehr gerne. Vielen Dank.